Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play EVE Online. Mein Name ist Pete Smith und wir beschäftigen uns mit dem Weltraum-Online-Rollenspiel von CCP. Da ich aber keine Ahnung habe, habe ich mir einen Co-Moderator geholt, den Hadi. Der weiß ein bisschen mehr davon. Yo Leute, was geht? Peter, Hammer Ehre, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, ich gebe mir mehr von dir. Aufhören? Mit Pete Smith? What? Teilweise lange darüber unterhalten und eben auch zusammengesetzt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir ab diesem Punkt, oder dass wir es gemeinsam für besser halten, diesen Schritt zu tun und getrennte Wege zu gehen. Okay, also wir spielen jetzt MW2 und zumindest bronchial werde ich hier alle wegficken. Ja, so sieht nämlich aus. So, ganz schlicht gewesen auf der North Carolina, wir spielen jetzt eine Runde MW2. Ja, wo ist die jetzt hin? Wo ist die hin? Worum geht's denn? Das hat sich gerade aufgemacht. Ja, und wo ist die? Ich wollte nur noch laufen. Alter, Jeff, wenn du mir weiter mit dem Mikrofon's Gesicht furchst, hau ich dir auf die Fresse. Ich hab dich noch nicht einmal mehr. Geh mir den am Sack jetzt! Ich hab dich noch nicht mehr.